Deutschland war in Europa jetzt jahrelang die Wachstumslokomotive, aber inzwischen ist es wieder das Schlusslicht. Wie schlimm ist es und woran liegt's? Bis gleich! Die fetten Jahre sind vorbei, könnte man sagen. Aber fett sagt man natürlich nicht mehr, darum formulieren wir es mal ein bisschen anders. Erst, die deutsche Wirtschaft, hat man den Eindruck, ist nicht mehr so richtig Plus Size und das deutsche Wachstum, das ist auch irgendwie nicht mehr so richtig Curvy oder was sage ich, es ist eigentlich überhaupt gar nicht mehr Curvy. Es ist wie ein labiler Hungerhaken aus einer Heidi Klum Show. Sowohl das IFO-Institut als auch der IWF gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr schrumpft. Der IWF geht davon aus um 0,2% und das in einer Zeit, in der ja zum Beispiel auch die Eurozone wieder um 0,9% wachsen soll. Und damit stehen wir weltweit unter den großen Volkswirtschaften beim Wachstum zur Zeit ganz unten. Früher war Deutschland so eine Art Wachstumsmotor, zumindest in Europa, jetzt ist es das Schlusslicht. Man kann einwenden, naja, es ist ja nur eine Momentaufnahme erstmal. Aber es gibt inzwischen auch viele, viele Studien, zum Beispiel vom IFO-Institut, vom ZEW, vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Die kommen alle zu dem gleichen Schluss. Das Wachstum in Deutschland bleibt auch mittelfristig unterdurchschnittlich und gleichzeitig nimmt eben auch die deutsche Wettbewerbsfähigkeit stark ab. Der IFO-Chef Clemens Fust, der spricht inzwischen sogar von so einer Art Deindustrialisierung in Deutschland. Und in der Studie vom ZEW, wo es um den Standortvergleich geht von 21 großen Industrieländern, da ist Deutschland jetzt noch mehr abgerutscht und ist inzwischen nur noch auf Platz 18. Vorher war es wenigstens noch auf Platz 14. Die Grafik ist aus der FAZ. Und auch sonst, wo man hinschaut, Untergangsstimmung. Wir sind auf dem besten Weg zum Armenhaus Europas zu werden, sagt Daniel Stelter bei René Villrendite hier auf YouTube. Sehr sehenswert übrigens. Dann in der Neuen Zürcher Zeitung neulich. Deutschland, Deutschland, kaputtes Land. Und das Schlimmste von allem, der Economist aus Großbritannien, ganz neu jetzt das Cover, ist Deutschland jetzt wieder der kranke Mann Europas. Das muss man sich jetzt wieder anhören aus einem Land, in dem dieses Jahr in den Supermärkten noch Eier und Gemüse rationiert worden sind. Ist es vielleicht nicht auch ein bisschen Panikmache jetzt im Moment? Naja, nehmen wir zum Beispiel mal die Direktinvestitionen netto. Also das, was aus dem Ausland bei uns reinkommt an Investitionen minus das, was unsere Unternehmen dann wieder im Ausland investieren. Das zeigt ja auch, wie attraktiv ist unser Standort im Moment. Da hat das Deutsche Institut verwirrt, nein, das Institut der deutschen Wirtschaft, das hat gemeldet. Unterm Strich sind die 2022 so stark zurückgegangen wie noch nie. Es sind netto abgeflossen 145 Milliarden Euro. Olaf Scholz findet das übrigens gut, schreibt der MDR. Ja, und natürlich ist es gut, unsere Unternehmen sollen ja auch im Ausland investieren und da die Märkte erschließen. Aber was natürlich viel weniger gut ist, das ist so eine Art Massenflucht, wie wir sie gerade haben. Und auch die gibt es eben. Laut einer Umfrage vom BDI sind 16% der befragten Mittelstandsunternehmen hier jetzt schon aktiv dabei, Produktion ins Ausland zu verlagern. Also nicht dort neu hochzuziehen, sondern zu verlagern und ein Drittel denkt gerade drüber nach. Das heißt nichts Gutes. Was sind unsere großen Probleme? Demografie natürlich, Überalterung, das haben wir in vielen entwickelten Ländern bei der Demografie. Da kann man auch wenig machen im Grunde. Da brauchen sie als Staatsoberhaupt schon einen polnischen Papst, der dann Verhütungsmittel verbietet oder solche Geschichten. Und ein zweites großes Problem, Fachkräftemangel oder überhaupt Arbeitskräftemangel. Ja gut, ist auch überall so. Aber apropos Fachkräftemangel, in China gibt es gerade Millionen arbeitsloser Jugendliche, teilweise top ausgebildet. Ein paar davon könnte man vielleicht schon hier einsetzen. Nur China mögen wir ja leider nicht mehr. Da wollen wir uns ja entkoppeln. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles keine spezifisch deutschen Probleme. Also woran liegt es, dass es gerade hier jetzt so schlecht läuft? Es kommt natürlich darauf an, wen sie fragen. Es gibt sehr viele Experten und Politiker und Journalisten im Moment, die werden ihnen gerade sagen, Deutschland muss einfach mehr Geld ausgeben. Es muss weg von seinem Fetisch der schwarzen Null. Es muss sich endlich mehr verschulden und mehr investieren. Ich gehöre nicht zu diesem Lager. Ich habe dazu ja vor ein paar Wochen auch schon ein Video gemacht hier. Meiner Meinung nach feuchten wir ja eine Priorisierung der Ausgaben. Aber nicht grundsätzlich einfach mehr, nur mehr Ausgaben. Weil die entgegen der landläufigen Meinung unsere Staatsausgaben, die steigen sowieso stark weiter. Hier haben wir also die deutschen Staatsausgaben. Die Grafik ist von Statista seit 1969. Die ersten Jahrzehnte, die sind grau und gerafft auch. Aber ab 2015 dann jährlich, sie steigen permanent. Und irgendwie muss man dieses zusätzliche Geld dann ja auch immer wegnehmen. Beziehungsweise sich dafür neu verschulden. Aber Sie sehen schon, ich decke das Thema hier auf meinem Kanal eng ab. Und wie immer Deutschland dann auch untergeht am Ende. Aber mit meinem Kanal sind Sie ja live mit dabei. Live und in Farbe. Dann noch auf die Glocke gehen am besten. Dann kriegen Sie auch meine neuen Videos angezeigt. Und die gehen dann bei Ihnen auch nicht mehr unter. Also wenn schon Deutschland untergeht, dann wenigstens nicht auch noch bei Ihnen meine Videos. Eine aktive staatliche Wachstumspolitik und Industriepolitik. Ein Beispiel der USA zum Beispiel. Das wird gerade gefordert. Deutschland soll sich Wachstum auch einkaufen, egal was es kostet. Das ist, was zur Zeit empfohlen wird für die Bundesrepublik. Aber mal ganz abgesehen davon, dass das ja sowieso schon zum Teil passiert. Zum Beispiel ja 10 Milliarden Euro Förderung für das Werk von Intel in Magdeburg. Und nochmal 5 Milliarden für das Werk von Taiwan Semiconductor in Dresden. Und diese Dinge. Ist alles irgendwo nachvollziehbar, dass das passiert? Weil wir sind natürlich inzwischen in einem globalen Subventionierungswettlauf. Aber sowas ist noch kein Erfolg, wenn solche Unternehmen dann kommen. Es kann auch nicht die Dauerlösung sein, dass man mit öffentlichem Geld einen Standort künstlich attraktiv macht, der grundsätzlich eigentlich nicht attraktiv wäre für die. Und warum ist er nicht mehr attraktiv? Was treibt die Unternehmen weg? Das sind die Belastungen aus der Umfrage vom BDI. Punkt 1 ganz oben. Fachkräftemangel, aber eben auch Arbeitskosten für 76% der Unternehmen ein Problem. Dann Preise für Energie und Rohstoffe für 62% ein Problem. Und Bürokratie und Genehmigungsverfahren für 37% ein Problem. Infrastrukturschwächen sind auch noch ein Problem, allerdings nur noch für 25%. Das ist das, was uns runterzieht. Und fangen wir an mit der Bürokratie. Bürokratie, Genehmigungen, staatliche Planung, Verwaltungseffizienz. Es ist schon lang völlig offensichtlich, dass der Staat viel nicht mehr auf die Reihe kriegt, dass er dysfunktional geworden ist. Und es geht da nicht nur darum, dass die Bahn unpünktlich ist, sondern es geht da um viele ganz wichtige Bereiche. Innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Gesundheitssystem, wo man hinschaut, es knirscht. Zum Teil ganz gewaltig. Der Staat kann seine Aufgaben nicht mehr wirklich erfüllen und jeder weiß es. Und die Antwort ist dann aber immer mehr Geld. Aber was hilft mehr Geld, wenn das ganze Geld dann Investitionsruinen produziert, wenn sich Großprojekte, Flughäfen, Bahnhöfe, Straßen verzögern um Jahrzehnte, wenn da die Kosten auch explodieren? Oder was hilft es uns, wenn wir Abermilliarden in die Bahn investieren zusätzlich? Wenn uns die Bahn dann aber erklärt, das können wir aber erst bis 2070 umsetzen. Angeblich ist ja hier alles kaputt gespart worden. Aber nehmen wir als Beispiel die Bundeswehr. Bekanntermaßen nicht besonders einsatzfähig. Aber hier ist unser Verteidigungshaushalt seit 2014. Er ist immens gewachsen. Aber was hilft es uns, wenn wir immer mehr Geld reinpumpen in Strukturen, die nicht mehr richtig funktionieren? Das ist das eigentliche Problem. Das geht aber keiner an, weil das eine sehr schwierige Aufgabe ist. Nach Geld rufen ist sehr, sehr einfach. Und wenn man mehr Geld bekommt, dann muss man das Problem nämlich auch nicht lösen. Aber das Problem wächst dann weiter. Und früher oder später muss man den Leuten dann wieder weismachen, dass man dann unbedingt noch mehr Geld für den Bereich braucht, weil es leider nicht anders geht. Und dann die Energiepreise, unter denen ja, wie gesagt, 62% der Unternehmen leiden. Es stimmt eben nicht, dass Energiepreise bei uns jetzt volkswirtschaftlich nicht so die große Rolle spielen, weil wir ja angeblich schon so hoch entwickelt sind und über sowas hinaus. Wir haben zum Beispiel eben noch eine große chemische Industrie, die aber energieintensiv ist. Und viele haben die energieintensiven Industrien ja sowieso schon aufgegeben, so wie die wirtschaftsweise Veronika Grimm hier. Die sagt, die werden so oder so verschwinden. Und damit stehen wir jetzt eigentlich vor einer unglaublich schwierigen Frage. Subventionieren wir die jetzt zum Beispiel mit einem Industriestrompreis bis ans Ende aller Tage? Oder nehmen wir hin, dass sie verschwindet in Billigenergie-Länder? Was jetzt für den Klimaschutz aber auch nicht unbedingt gut wäre. Und was Klimaschutz betrifft, man hat uns ja auch ständig eingepeitscht, jahrelang, wie wichtig Klimaschutz ist. Man hat aber nie gesagt, wie es denn laufen soll und was da auch wirklich auf uns zukommt. Gut, beim Heizungsgesetz, da hat man es uns jetzt gesagt, die Reaktion war verheerend und eigentlich spielt Klimaschutz seitdem auch gar nicht mehr so großartig die Rolle bei uns. Jetzt schlagen sie sich ja die Köpfe ein über die Kindergrundsicherung. Und sogar von den Klimaklebern hört man im Moment gar nicht mehr besonders viel. Wahrscheinlich sind die alle in den Sommerferien auf Bali. Aber wie auch immer, dass der Klimaschutz bei uns zu einem Boom führt wirtschaftlich, das glaubt inzwischen so gut wie keiner mehr. Es ist aber auch natürlich nicht das Ziel, dass es so ist. Man sollte aber eben auch damit aufhören, sich da was vorzumachen. Es gibt einen Preis, den man da zahlen muss. Und gerade der Standort wird eben auch einen Preis dafür zahlen müssen. Und darum sollte man aber auch mal drüber nachdenken, wie man die Wirtschaft anderswo wenigstens entlasten kann, anstatt dass man ihr das zusätzlich alles noch draufpackt. Nur weil man meint, wir sind ja so erfolgreich und es geht uns ja so gut, dass wir uns das auch noch alles leisten können. Wir sind in einem globalen Wettbewerb. Es ist nun mal so, in der Autoindustrie zum Beispiel, da kostet bei uns eine Arbeitsstunde plus Lohnnebenkosten 59 Euro, in Spanien aber nur 29 Euro und in Ungarn sogar nur 13 Euro. Und darum sind in Deutschland vor fünf Jahren noch fast sechs Millionen Autos gebaut worden pro Jahr. Und letztes Jahr waren es aber nur noch die Hälfte. Und das ist die deutsche Arbeitsproduktivität seit 1991. Bis zur Finanzkrise ist sie noch steil gestiegen, die letzten zehn Jahre dann aber so gut wie gar nicht mehr. Nur noch von 99 auf 101 Indexpunkte. Gleichzeitig sind aber die Nominallöhne um 30 Prozent gestiegen. Allerdings nicht die Reallöhne, nach dem letzten Inflationsschock sowieso nicht. Aber die sind insgesamt fast gar nicht gestiegen. Aber wie sollten sie auch, wenn die Produktivität nicht mehr steigt? Was unter anderem auch an unseren Arbeitszeiten liegt. Die Deutschen arbeiten pro Jahr 1.332 Stunden. Das sind 200 Stunden weniger als im EU-Durchschnitt. 300 Stunden weniger als der OECD-Durchschnitt. 400 Stunden weniger als in Irland oder den USA. Und 500 Stunden weniger als zum Beispiel in Südkorea. Gleichzeitig träumen wir aber davon, noch weniger zu arbeiten. Und unsere Gebete werden erhört. Die SPD hat auf ihrem Parteikonvent letztes Jahr das Ziel beschlossen. 25 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich. Das ist gefährlicher als jede Wärmepumpe. Man sagt natürlich manchmal, ja, die Deutschen jammern aber auch ganz gern. Hier zum Beispiel John Kempfner, ein britischer Deutschlandbewunderer in einem Interview in der Zeitung Die Welt. Der sagt, die Deutschen sehen vor allem sich selber viel zu negativ. Es läuft ja auch vieles ganz gut noch in Deutschland. Und auch da ist natürlich was dran. Wir beklagen uns gern, wir schieben auch immer ganz gern alles nur auf die Politiker. Die werden im Moment zumindest ja zum Teil völlig dämonisiert regelrecht. Dabei sind sie vielleicht auch nur so, wie wir alle ab und zu mal ziemlich überfordert intellektuell. Das muss man auch mal sagen. Aber die Politiker, die wir haben, die haben wir uns eben auch selber rangezogen. Die Wahrheit will hier ja auch keiner hören. Wir wollen Wohltaten von der Politik. Wir wollen anstrengungslosen Wohlstand. Und die machen jetzt eben auch die wildesten Versprechungen und Verrenkungen, um uns da diesen Wohlstand vorzugaukeln auch. Und darüber brauchen wir auch endlich mal eine gesellschaftliche Debatte. Bill Clinton ist 1992 in Wahlkampf gezogen mit dem Slogan It's the economy, stupid. Es ist die Wirtschaft, du Schwachkopf. Auf die Wirtschaft kommt es an. Und die Taz hat jetzt eine Textsammlung ausgebracht zum Klimawandel mit dem Titel It's the economy, ökos. Den Inhalt kenne ich nicht, aber der Titel gefällt mir schon mal sehr gut. Es wäre fatal, wenn der Klimaschutz jetzt so aussieht, dass er die Wirtschaft jetzt noch zusätzlich untergräbt. Die Wirtschaft ist nämlich eben kein Ärgernis nur und sie ist auch nicht nur notwendiges Übel, so wie das viele hier sehen, sondern eine starke Wirtschaft ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass man so eine Herausforderung überhaupt auch noch bestehen kann, ohne schwere Schäden. Und damit hat die Taz in diesem Video jetzt mal das letzte Wort gehabt. Das passiert hier sonst auch nicht so oft. Morgen beginnt der Gipfel der BRICS-Staaten übrigens in Johannesburg. Auf dem wird möglicherweise eine neue Währung vorgestellt von denen, die möglicherweise auch eine Art Golddeckung hat. Ich empfehle Ihnen dazu hier schon mal mein Video vom 19. Juli. Und ich halte Sie dazu natürlich auch hier weiter auf dem Laufenden. Das Thema ist ja auch nicht von Pappe. Wie gesagt, Kanal abonnieren, dann auf die Glocke noch drücken, dann sehen Sie auch automatisch dazu zu diesem Thema meine neuen Videos. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.